Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ein weiteres Türchen geht auf. Klingeling, ich bin im Dienst und hier ist gar nichts weihnachtlich geschmückt, aber ich habe ja ganzjährig in meiner Praxis Weihnachtsschmuck. Das gleicht es wieder aus, muss mich kurz mal entblättern, denn es ist recht warm hier. Und ich möchte jetzt die Zeit nutzen und dir eine vorweihnachtliche Märchensession bieten. Und zwar geht es diesmal, oh meine Grippeimpfung ist noch immer geschwollen. Es geht um das Märchen Rumpelstilzchen. Ich muss gestehen, ich habe es schon mal gebracht und war damit nicht zufrieden. Und jetzt versuche ich das einfach in ein Video zu packen. Ich hatte das gesplittet, vielleicht werde ich das auch nochmal freischalten. Das Video ist schon programmiert gewesen, aber ich hatte dann so ein schlechtes Gefühl, irgendwie da dabei, das gesplittet zu haben. Und ja, es war ein bisschen ausgeufert. Es ist ja auch eine langwierige Geschichte. Starten wir einfach mal mitten rein. Es war mal Müller und bei dem war der König zu Gast. Denn der König hatte eine Panne mit seiner Kutsche und stieg bei dem Müller ab und übernachtete bei ihm, bis das Rad der Kutsche wieder repariert oder gewechselt worden war. Und König und Müller kamen beim Frühstück ins Gespräch. Und der Müller hatte wahrscheinlich Minderwertigkeitskomplexen, schlechtes, fragiles, fragmentiertes Selbstwertgefühl. Frag mich nicht und prallte sich vor dem König ungemein. Das war nicht besonders schlau von dem Müller. Er sagte nämlich etwas zum König, das er besser hätte vielleicht nicht sagen sollen. Er sagte folgendes, er sagte meine Tochter. Ich habe eine Tochter, Herr König, die kann Stroh zu Gott spinnen. Und er war der König, der natürlich sich weiter bereichern wollte. Wie viele reiche Leute wollte er noch mehr Macht und noch mehr Einfluss und noch mehr Bedeutung suggerieren, seinen Untertanen, indem er sein Vermögen noch vermehrte. Das ist ja oft bei sehr vermögenden Menschen, dass sie sich sehr stark über materielle Güter, über ihr Gold, ihr Geld definieren und dass sie auch nichts hergeben wollen und sehr geizig sind, weil sie das Gefühl haben, das bin ich, das macht mich aus, meinen Wert für die anderen definiere ich über mein Haben. Und nicht so sehr über mein Sein. Und drum war das gleich ein Anreiz für den König. Und er sagte, okay, schick mir deine Tochter morgen ins Schloss. Der Müller erzählte dem Mädchen davon und das Mädchen ahnungslos sprach dann im Schloss vor. Und der König sagte, okay, Müllers Tochter, ich habe von deinem Vater gehört, du kannst etwas Besonderes. Wenn du das aber nicht schaffst, dann gibt es die Todesstrafe für dich und deinen Vater. Das Mädchen erschrak natürlich fürchterlich, denn die war offenbar von ihrem Vater, der sie komplett übergangen hatte, nicht gebrieft. Und sie wurde dann von einem Diener des Königs in eine Kammer, die vollgestopft war, mit Stroh gesetzt. Und da befand sich außerdem nur noch ein Spinnrad. Und das Mädchen saß da und weinte. Und es wurde ihm gesagt, du sollst jetzt bis morgen früh all das Stroh, was hier liegt, zu Gott spinnen. Und als sie da saß und weinte, erschien ihm plötzlich ein kleines Männlein und er sagte, was gibst du mir, wenn ich dir alles Stroh zu Gott spinne? Ich gebe dir mein Halsband, sagte das Mädchen und gab sein Halskettchen her. Und schnurre, surre, burre, hatte das Männchen innerhalb der Nacht alles Stroh zu Gold gesponnen. Am nächsten Tag war das Staunen des Königs groß und er sagte, okay, ich führe dich jetzt. Er ging sogar selber mit dem Mädchen an, die nächste Kammer in eine noch größere Kammer mit noch mehr Stroh. Wenn du es schaffst, dieses Stroh zu Gold spinnen, dann wirst du fürstlich belohnt werden, königlich belohnt werden und dein Vater auch. Wenn nicht, dann gibt es die Todesstrafe. Das Mädchen saß da und weinte und wieder kam das Männlein und das Mädchen gab ihm diesmal seinen Ring im Gegenzug für den Dienst, den das Männchen tat, nämlich das Stroh zu Gold zu spinnen am nächsten Tag. Und weil der König aber immer noch nicht gesättigt ließ das Mädchen nicht nach Hause zum Vater, sondern behielt es im Schloss und führte es in eine noch größere Räumlichkeit, wo alles voll mit Stroh war und wieder dieses Spinnrad drinnen stand und das Mädchen war wieder sich selbst überlassen, es weinte bitterlich und diesmal ließ das Männchen auf sich warten, bis es endlich erschien und das Mädchen hatte aber nichts Materielles mehr, nichts Kostbares mehr, das es dem Männlein geben konnte. Und schließlich sagte das Männlein, okay, ich erweise dir den Dienst, das Stroh wieder zu Gold zu spinnen, aber dafür bekomme ich dein Kind, dein erstgeborenes Kind. Dem Mädchen blieb unter drinnen wohl nichts anderes übrig. Es versprach dem Mädchen dies, Männchen, folger Versprecher, dem Männchen dies, das Männchen schnurre, so revurre, sponnen die Nacht über alles Stroh zu Gold. Im nächsten Tag löste der König übrigens sein Versprechen ein, das er gegeben hatte, bevor die Müllers Tochter eingeschlossen worden war in der letzten Strohkammer. Und er hatte versprochen, sie zur Frau zu nehmen. So wurde aus der Müllers Tochter tatsächlich die Königin. Sie hatte also einen gesellschaftlichen Aufstieg gemacht. Die Lüge des Vaters wurde gar nie aufgedeckt, denn es war ja alles so gekommen, wie er geweissagt hatte. Jo, so kann man auch gesellschaftlich aufsteigen offensichtlich, zeigt dieses Märchen. Und als die Königin das erste Kind geboren hatte, stand das Männlein natürlich folgerichtig da und wollte das Kind entführen. Da sagte die Frau, die Königin, aber jetzt voller Verzweiflung, bitte, bitte mach es nicht, gib mir noch eine Chance, dass ich das Kind behalten kann. Okay, sagte das Männlein, die Chance kriegst du, wenn du bis in drei Tagen, bis ich wiederkomme, meinen Namen erraten hast, dann darfst du das Kind behalten. Ja, Königstochter, Königin, nicht Königstochter, die Müllers Tochter und jetzige Königin schickte nun alle Boten aus, alle gescheiten Diener, die sie hatte als Königin und die sollten recherchieren, Google Dark gab es damals noch nicht, welchen Namen das Männlein trug. Und als schon alle aufgegeben hatten, weil sie die unmöglichsten Namen gefunden hatten, aber keiner wirklich sicher der Name des Männchens war, da fand ein Bote ein seltsames Schauspiel im Wald vor. Und zwar hüpfte da ein Männlein um eine Feuerstelle herum, um ein Lagerfeuer und es rief, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstitzchen heiße. Anderen Tags kam das Männlein zur Königin und sie ließ es zuerst ein bisschen zappeln, sie war da sehr mutig und selbstbewusst, muss man sagen, denn sie hätte ja gleich den richtigen Namen sagen können. Sie sagte zuerst, heißest du vielleicht Huns, Hinz? Nein, so heiße ich nicht. Das Männlein streckte schon seine spindeldürren Finger nach dem Baby aus. Heißest du vielleicht Kunz, sagte die Königin. Nein, so heiße ich auch nicht. Und als er schon das Männlein, das Kind einpacken wollte, sagte die Königin, heißest du vielleicht Rumpelstitzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, sagte das erboste Männlein. Das hatte da auch eine Impulskontrollstörung, so wie wir es neulich im Video besprochen haben. Du weißt schon, es konnte seine Impulse nicht steuern. Es hatte den Wutausbruch schlechthin und es riss sich vor lauter Wut an seinen beiden Beinen in zwei und versackt dann im Erdboden. Es wurde vom Erdboden verschluckt. So, Königin konnte sich abputzen, ihr tolles Leben als Königin führen, ihr Kind behalten, Happy End, wie in vielen Märchen. Nur noch die Deutung, ich habe schon so zwischen den Zeilen ein bisschen mitgedeutet. Also ich habe schon gesagt, der Müller, der ist echt ein verlogener Typ, der dürfte dissoziiert gewesen sein, als er dem König gegenüber so aufgeschnitten hatte und nicht nur dissoziiert, sondern vielleicht auch in einer manischen Phase, da überschätzt man sich ja heillos und fabuliert manchmal irgendwas, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der eine manische Phase ab und an hat. Submanisch sind wir alle Menschen ja ab und zu, zum Beispiel Ärzte nach dem Nachtdienst, Schlafentzug kann zu submanischen, also zu fast schon manischen Zuständen führen und bei Müller vermute ich so einen zumindest submanischen Zustand, dass er sich einfach heillos selbst überschätzt hat oder er hat auch, aber da weiß ich zu wenig drüber, ich kenne Müller ja nicht persönlich, hat er auch narzisstische Persönlichkeitszüge, zumindest eine narzisstische Akzentuierung in seiner Persönlichkeit, dass er so rücksichtslos seiner Tochter gegenüber den König einfach angelogen hatte und eigentlich seine Tochter ans Messer geliefert. Ja, die war dann extrem unter Leistungsdruck und wusste auch gar nicht, wie sie das schaffen soll. Das Männlein nun steht als Symbol vielleicht für diese gesellschaftlichen Zwänge, einfach immer Leistung gegen Leistung zu erbringen und auch für die Unschuld des Mädchens, die es dann verliert, seine moralische Unschuld verliert es ja dadurch, dass es die Lüge, das Lügengerüst des Vaters abstützt, indem es dann tatsächlich Erfüllungsgehilfe des Vaters, der väterlichen Lüge wird und anstatt einfach dem König zu speichten, dass der Vater gelogen hat und dass sie das gar nicht kann. Also sie spielt mit, sie ist angepasst, sie ist überangepasst, würde ich mal sagen. Das ist auch nicht gesund. Denn sie gibt sich ja da selber auf und versucht einfach das fiktive Idealbild einer Tochter des Vaters dem Vater gegenüber zu erfüllen. Der Vater hat ja kein realistisches Bild von ihren Fähigkeiten, dass sie fleißig und nett ist, gezeichnet, sondern er hat sie gleich überhöht und einfach eine Leistung von ihr sozusagen erwartet, die sie gar nicht bringen kann, nämlich Stroh zu Goldspinnen. Also eine Verwandlung von relativ wertlosen materiellen Gütern in Kostbarkeiten zu erbringen. Und der König ist natürlich auch narzisstisch gestört, wie so viele Könige in den Märchen, denn er macht sich überhaupt keine Gedanken über die Not des Mädchens, sondern wie sie einfach nur bereichern. Und am Ende, wo sie dann so viel wert für ihn ist, weil sie so viel geleistet hat, vermeintlich sie, es war ja das Männlein in Wirklichkeit, da will er sie erst heiraten und vorher als Müllers Tochter, die eben keine solchen Fähigkeiten hat, nimmt er sie gar nicht wahr, sondern wird sie sogar auf dem Schafott sehen, wenn sie nicht diese Leistung bringt. Also eigentlich ein ganz, ganz hässliches Märchen, weil hier Menschen wirklich nur nach ihrem Leistungsgrad bemessen werden. Ja, und das mit dem Namen, das brauche ich dann nicht zu deuten, da geht es einfach darum, die wahre Identität des Rumpelstilzchens, des boshaften Kobolds aufzudecken. Und als er sich erkannt und seines Nicknames entblößt fühlt, da reißt er sich in zwei und vernichtet sich selbst, so wie viele Trolls und Stalker auch nicht haben wollen, dass man hinter die Kulissen guckt und sie in ihrer wahren Identität erkennt, weil sie sich dann nackt ausgezogen, entblößt und ausgeliefert fühlen. Es sind ja meist ganz ängstliche Menschen, die sehr aggressiv auftreten und eigentlich Furcht und Schrecken nur deswegen verbreiten, weil sie selber Angst haben, angreifbar und verletzbar zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass das ein Gedankenanstoß für dich war. Öffne auch du dein Fensterchen, wenn du einen Adventskalender hast. Ich hoffe, dass dir wieder dieses Fensterchen zu gucken gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreib mir gerne deine Kommentare zu dieser Interpretation in die Kommentare und auch deine weiteren Weihnachtswünsche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.